Ja, ich hab so Ruhe schon wieder. Heute Morgen hab ich im Bett gelegen, da konnte ich nicht schlafen, das war um 6 Uhr irgendwas. Und dann hab ich aus dem Fenster geguckt und da war, ich hab, wenn ich hier im Bett liege, seh ich ja das Fenster von meinem Nachbarn und hinten dran ist noch ein Fenster. Und da hab ich die ganze Zeit reingeguckt. Weißt du, wie viele Seiten das Buch hat? Und, meinst du die Verwandlung von Kafka? Komm mal googeln, ich weiß aber nicht mehr. Hä? Ist das irgendwie dumm? Ähm, warum steht das da nicht? Mein Nachbar, ja, da wär er wieder da später. Ähm, warum steht die Seitenzahl nirgends? Lass mich mal gucken. Ich find das 100 pro gleich. Ach komm schon. Hä? Warum schreibt das denn niemand hin? Das ist doch voll, ähm... Achso, da steht 88 Seiten. 88? Achso, ja, stimmt da um. 88 Seiten steht da. Stimmt das? Hallo. So Wortgewand, als drückst du dein Wortgewand. Oh, wie schön. Ja, das ist so lustig, wenn der mir hier reinkommen wird, aber ich glaub, der besitzt kein Handy. Deswegen die Kinder bei euch auch leid her, ne? Ja, gestern. Gestern. Aber heute bestimmt auch wieder. Weil da, wo ich es lese, ja nur 80, aber hab's nirgendwo gefunden, wie viel es eigentlich hat. Ah. Aber ich hab grad einfach gegoogelt. Genau. Zwei Stunden bei mir. Bei uns immer abends. Ja, ich hab schon Bock auf so'n Zuckerbrezel wieder. Eigentlich. Ja, was macht ihr später noch? Äh, warte mal, ich hab doch da hinten noch irgendwo... ...eine Linger anlegen. Glaub ich. Ja, mein Gürtel ist auf, weil ich hab eben gegessen. Nachbarskind ist noch unterwegs. Gut. Ich hab hier noch Croissants von gestern, aber die sind, glaub ich, schon hart. Wie mein Croc. Nein, Spaß, eigentlich geht's. Mag jemand Croissants essen? Ich muss eh meine Haare waschen, deswegen ist eigentlich egal, ob ich meine Haare anfasse. Oder nicht. Nicht so weiter, muss noch duschen. Ich auch. Also duschen. Was ist das schon angewollt? Komm, wir bestellen was. Wie oft wächst du deine Haare? Zweimal in der Woche. Nein, ich hab mich versudelt. Mh. Ja, eigentlich war man da, warum? Ich hab irgendwie immer Hunger. Wie kleiner Croissant. Boah, das krümelt so sehr. Und du? Ich fühl mich so französisch. Hier ist dann 200 Gramm Steak. Hast du 7,9 Euro gekauft und heute läuft es ab. Da hab ich schon Döner gegessen. Kommt noch die Woche an. Stimmt. Hallo. Hallo. Hm. Genau. Über was wollte ich noch reden? Ich wollte noch über irgendwas reden. Das war mir wichtig, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Mag jemand von euch echt gerne einen Pau? Mal Appetit wegen dem Neuroleptika. Hm, das glaub ich. Hat heute meine erste Umarm mit meinem besten Freund? Oh, wie sweet. Na, boah, man hat gerade gesagt, er ist 52, er ist noch jugendlich. So, ey. Oh mein Gott.